Wenn der Herr sich so ein bisschen im 45-Grad-Winkel hinstellt, dann ist es andersrum, ja genau so. So, so, ja. Das sieht jetzt wieder aus. So, das sieht besser. Ich traue mich, ich bringe das nicht. Achtung, Kraus. Das müssen wir dann später nochmal machen. Ich muss nicht mehr kommen. Schau mal. Er muss weiter rechts, das haut alles drin hier. Ja. Oder Stefan. Wir müssen das zwei, drei Mal machen, weil wir mehrere Kollegen sind und es immer nur aus einem Winkel geht. Damit wir durchwechseln, damit jeder im Schiff liegt. Weil gar keine Gesichter gesehen geht gar nicht. Und wenn er so bleibt, das ist gut. Der Kopf nicht ganz hoch. Kopf ein bisschen tiefer. Ist das? Nee, dann ist das. Na ja. Wir warten natürlich dann auch nochmal zweimal in die Kamera irgendwo. Gibt es eine Figur, wo ihr beide in die Kamera schaut? Das ist einfach schöner für den Leser. Also beide hier schaust. Also den Klass. Also der Kameramann liegt der Kameramann halt ein bisschen noch zur Seite, ich hab da noch den Baum drauf und so. Ja. Und dann geht das hinterm Stuhl da vielleicht? Danke. Danke. Einmal kurz hier schauen. Ja, so ist es schön. Einmal zu uns schauen. Beide, beide, beide. Nicht so ernst. Alles gut. Dann macht es so, wie es geht. Macht es noch mal die verträumte Puste. Einmal die Augen noch hoch zu. Jetzt ist aber die Lame echt besser. Einmal noch lieben. So leicht angewinkelt, ohne runterzufallen. Ja, das ist sehr schön. Wir freuen uns. Einfach werfen. Einmal hätte ich das Geld noch mal gehoben. So kann ich noch mal vor. Ich bin da nicht durchgekommen beim Streffer. Einmal bräuchte ich es noch gehoben. Einmal bräuchte ich es noch gehoben. Jetzt können wir noch mal mit 70 arbeiten. Das ist schön. Das war immer davor. So ist es schön. Geht es bei dir so? Das ist schön. 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 Danke. Danke. Alles gut. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.